Mal schauen, dann nehmen wir es wieder anders, wenn wir die Lampe hochnehmen und dann die Himmelsgefahrten bereuchten. Sieht gut aus, wie sie sagt. Ja. Ja. Ich habe sie am Grund genug gut. Ich finde, du hast dich gut angepasst. Das ist deine grosse Stärke, da bin ich nicht so stark. Ich frage ein paar Mal an einen Hintergrund. Aber mit der Zeit geht es dann an. Ja. Ja, ja. Hast du Schmerzen? Also heute Nacht hatte ich es, ja. Nicht jede Nacht, aber jetzt habe ich gerade keine. Heute Nacht gab es mir aber 10 morphine Tröpflinge. Das war jetzt noch ein wenig viel. Ich hatte eigentlich noch ein wenig. Fünf Jahre lang. Grüezi miteinander. Grüezi. Grüezi. Ich wollte einen Besuch machen. Wer sind Sie? Ich bin Zelsorgerin. Ich bin Frau Sen. Und ich komme in den Fototermin. Ich sehe mich. Dann kann sie gleich bleiben. Ja, ich weiss es nicht. Grüezi. Herr Meier. Ich bin Frau Sen. Das ist meine Mutter. Auch Meier. Frau Meier. Grüezi. Herr Meier. Ich möchte die Aber 3. Sie sind mir base inde in suberten zu nehmen.